so hallo wir machen weiter bei super compact world und ja ich weiß wir spielen aktuell auch evil conquest 2 deswegen werde ich es auch versuchen so zu machen dass wir hier durch compact world mit der zeit auch trotzdem durchkommen dass wir einfach längere compact world parts machen dafür dann halt nicht so viele denn wir werden jetzt morgen schon wieder ich will conquest 2 weiter aufnehmen ich will aber auch wie gesagt mit compact world weiterkommen wenn wir beide spielen dann ja wir sind in dieser eishöhle gelandet und es liegt ja an mir wie schnell wir vorankommen womit ich mich natürlich enorm unter druck setze aber ja das ist halt das ist das ist halt so die im prinzip ganz normal dass man sich da unter druck setzt denke ich denn man will ja auch vorankommen aber ihr könnt es nicht beeinflussen das ist allein meine aufgabe und da es ein paar leute gibt die auch weiter compact world sehen wollen werde ich das auf jeden fall zu ende bringen ihr müsst nur ein bisschen euro das ist nicht so gut geduld mit mir haben wenn ich jetzt klein bin ja ich weiß gar nicht mehr wie weit wir gekommen sind in dieser s ich weiß wir sind einmal relativ weit nach hinten gekommen aber so ganz sehe ich noch kein großes land in diesem level ich weiß auch nicht lang das level ist das müssen wir alles noch erfahren aber vielleicht läuft jetzt ja gleich besser als beim letzten achten muss ich erst anträgern das war der fehler vorhin dann kann ich hier ganz normal na schade einfach hoch okay jetzt warten jetzt jetzt können wir warten jetzt können wir in ruhe warten jetzt ist nur das problem dass ich klein bin dann muss ich möglichst spät los springen damit ich den schwung hier hinkriege das hat glücklicherweise gut funktioniert so jetzt ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig kann ich den vorher anträgern nice der hüpft zweimal hoch nein wenn man hüpfte zweimal hoch und dann hüpfte hinterher gut der kommt hier auf beide drauf ah nein wir waren aber schon mal weiter als das wir waren schon mal weiter als das das weiß ich noch wir waren schon mal weiter als es wäre auf jeden fall den schlüssel zu behalten den pilz zu behalten das wäre der schlüssel wollte ich sagen zum erfolg des levels und habe dann gesagt ich will den schlüssel behalten was natürlich völliger blödsinn war so viel zum pilz aber wir bleiben ganz ruhig und gechillt wird schwierig wird schwierig ganz ruhig zu bleiben wenn ich sowas hier mache mensch oder sowas hier hilfe nicht schon wieder so vorsichtig dieses rutschen ist halt echt ein großes problem nein jetzt habe ich wieder jetzt bin ich wieder falsch gesprungen nicht so muss ich das machen genau so warum schaffe ich das nicht wenn ich groß bin so jetzt einfach in ruhe einmal warten jetzt müssen wir wieder wirklich rechtzeitig abspringen dass okay dass das haut mittlerweile hin das ist gut das ist gut weil da war das problem wenn ich klein war dass ich meistens in der lava gelandet bin am ende das passiert schon mal nicht mehr das ist schon mal gut problem hier ist jetzt wir haben gesehen wir müssen da muss ich echt schnell weiter wenn ich da den pilz noch hätte würde ich mich so viel sicherer fühlen und dann war es doch nicht mehr so ich dachte der will ist der sonst nicht immer darüber gelaufen ich dachte der kriegt mich da gar nicht mehr ja falsch gedacht es war knapp aber es hat funktioniert was immer funktioniert das hat nicht mehr funktioniert ach gott nicht da rutschen nicht da rutschen nicht da runter und schon alles alles gut und gehen erst mal weg so ihn anträgern so warten wieso kriege ich in meinem kopf nicht diesen sprung hin wieso verpeile ich da immer die die das gibt es da nicht das ist so ein ich verpeile es einfach jedes mal was macht mein kopf in dem moment ja tschüss pilz wollte ich eh nicht das meine ich was macht man ich weiß doch dass ich auf das ding drauf springen muss und ich versuche ich weiche jedes mal aus und zwar gekonnt warum tschüss warum weiche ich da so gekonnt aus ich will dir nicht ausweichen ich will da drauf springen warum kriege ich das denn nicht hin das ist mit abstand die bisher blödste stelle in dem level weil ich da jedes mal totalen quatsch mache also immer ich habe es noch fast nie geschafft den pilz da oben zu behalten noch fast nie jedes mal verliere ich an dieser stelle mein zeug wenn es nicht die ganzen leben sind sogar das ist die hauptstelle die diese dieser sprung hier warum ist denn das so guck mal es kann so einfach sein was stelle ich mich denn so an jetzt habe ich sie auch mal wieder geschafft jetzt habe ich sogar den pilz noch dabei und jetzt wirklich ruhig bleiben ruhig bleiben wir triggern den erst wieder an dann gehen wir hier drauf jetzt wäre es echt gut wenn wir nice jetzt erstmal in ruhe erstmal in ruhe der muss jetzt erstmal weg dass ich hier meine ruhe habe so jetzt warten wir einfach ab hier warten wir auch ab ok hier waren wir schon mal ich weiß das noch da kommt jetzt wieder so eine plattform das weiß ich auch noch und die hat es mir damals dann äh ich triggere den erstmal an so den kann ich auch schon mal antriggern die plattform da da habe ich den sprung nicht geschafft das weiß ich noch da muss ich wirklich sehr sehr spät abspringen sonst lande ich auf der anderen seite in der lava ja oder so ha das ist die stelle so weit waren wir das letzte mal auch das weiß ich noch ok also mit ein bisschen konzentration und dem pilz den wir behalten sollten wir wieder bis dahin kommen der schlüssel ist den pilz zu behalten 5 diese stelle dieser eine verdammte sprung der macht das ganze level unfassbar kompliziert alles danach sind einfach stellen die konnte ich noch nicht oft genug spielen deswegen versage ich da noch aber dieser sprung hier der ist ah nein ich hab den dings vergessen genau deswegen wieso weiche ich den dingern denn in meinem höheren aus ich will den nicht ausweichen warum spring ich denn immer außen rum ich will drauf land aber ich gehe immer wieder dran vorbei ich weiß nicht wieso ich weiß einfach nicht wieso geh halt weg jetzt ich hätte schon fast wieder gemacht gut na schade aber wir sind noch im leben das ist erstmal das wichtigste erstmal ist das wichtigste dass wir am leben sind jetzt werde ich natürlich wieder ein problem haben an der stelle mit dem ja das meinte ich wenn ich hier nicht ich muss ich muss echt super knapp abspringen und das muss ich an der anderen stelle halt auch und das ist es ah ah ich bin geneigt langsam safesets anzumachen einfach dass wir vorankommen aber eigentlich will ich es nicht eigentlich will ich es nicht ruhig bleiben eigentlich will ich es nicht ah hab ich jetzt so weggerutscht Mist aber wir hatten so eine schöne situation ach wisst ihr was wir machen jetzt mal folgendes wir setzen hier mal einen save state einen vorerst nur diesen einen nur diesen einen es gibt noch keinen anderen nur diesen einen und wenn ich mit dem hack später durch bin kann ich das level immer noch ohne safesets probieren ich möchte erstmal weiter kommen ich möchte erstmal sehen was mich noch so erwartet vielleicht wird der hack noch so schwer dass ich sage okay ich muss sowieso safesets einsetzen das ist jetzt erstmal so ein safeset der ist jetzt einfach mal da es kommt erstmal kein neuer dazu weil das ist das ist die einzige stelle bei der ich halt wirklich den safeset brauche ich komme da so selten mit pilzen es ist keine ahnung wir gucken mal wenn wir den hack durch haben irgendwann ob wir dann das level hier einfach noch mal ohne safeset spielen oder habe ich es trotzdem ohne safeset am ende durch gespielt ja so wird es aktuell der gedankengang wenn wir noch mehr safesets nutzen werden dann ist es was anderes aber zudem kommt jetzt erstmal keiner dazu weil hier komme ich auf jeden fall auf jeden fall hin okay ich glaube hier waren wir noch nicht ich kann mich nicht erinnern waren wir hier schon mal nein waren wir nicht weil hier ist das verdammte ziel wir waren schon so oft so knapp davor okay wie gesagt den einen safeset den lasse ich jetzt einfach drin und ja sei es drum sei es drum hauptsache wir kommen jetzt mal weiter physical paradox das klingt schon mal super interessant ich muss kurz pausen machen weil ich mich verklickt habe entschuldigung so wir kriegen schon mal eine fehler am anfang das ist auch schon mal cool und oh wir können das level komplett waken nein ich soll das machen das ist eindeutig so gebaut dass ich das machen soll das level ist gedacht für den glitch von wegen ich kann damit waken das level ist gedacht für den glitch oh weia das erschwert die geschichte ein wenig dass ich das machen soll uuh ich dachte jetzt ich kann damit das hier alles breaken nein ich soll das tun okay okay oh junge oh boy hoch okay jetzt habe ich keinen hit mehr ah mir rieb okay aber wir sollen das machen das ist schon mal das ist schon mal interessant und wir kriegen dafür zwei Fehlern zack ah jetzt habe ich es kaputt gemacht er darf nachher nicht mehr an das oberen so äh hä so jetzt jetzt klappt es wieder aber da unten sind ja auch wie soll ich denn da so schnell durchkommen dass ich hier ich habe ja hier am anfang auch schon damals die Feder damals ist gut vorhin die Feder verloren wie komme ich da durch ohne die Feder zu verlieren das ist die erste Stelle wo ich die Feder verliere das war eigentlich vorhin nicht die zweite Stelle aber jetzt habe ich sie hier das war die zweite Stelle wo ich sie vorhin verloren habe obwohl ich da relativ gut durchgekommen bin ich muss einfach nur genau das muss ich machen wenn ich das mache dann verliere ich die Feder auch nicht nach oben geht es recht einfach das Problem ist runter ich kann halt auch keinen Sprung machen ich muss ich muss das wirklich gut timen okay so und ich darf okay klar wenn man zu nah am Boden ist läuft man wieder klar ist logisch ergibt Sinn wir machen erst den Glitch ich kann ja da runter vorher das ist ja egal ich kann ja trotzdem klettern aber ich schaff es nicht hier die Feder zu behalten ich ich bin blöd ich hab's falsch gemacht ich hab's falsch gemacht ich hab's gesehen ich hab's falsch gemacht man soll nicht man soll den hinterher den sägen ja hier kann ich nämlich stehen das war zu bald aber das kriegen wir hin das kriegen wir hin und dann kann ich die Feder behalten zumindest müsste das so sein also an den Rand da bin ich safe ne da passiert nichts genau und dann hinterher es reicht auch nicht also es bleibt es bleibt eine kritische Stelle es bleibt eine echt kritische Stelle es bleibt eine echt kritische Stelle so jetzt hier nach Möglichkeit nicht die Feder verlieren vielleicht ist es besser unten rum durchzugehen wenn er gerade hoch geht ja das ist besser dann hier und dann hier so jetzt hier auch nicht verlieren hier hab ich vorhin verloren hier muss ich nicht verlieren wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle komm ich da durch es ist halt klein einfacher aber jetzt muss ich hier wieder kritisch sein ok und jetzt einfach nicht den Fehler machen den ich vorhin gemacht habe sondern ein bisschen höher hier drüber klettern und hä? da muss ich jetzt ja eh klein sein ach ne in der Mitte doch in der Mitte müsste ich durchkommen oder? ne ich ich soll da hoch gehen ich soll da hoch gehen verstanden dann wieder zu oh mein Gott ich wüsste gerne noch wie ich die Federn behalten kann weil ich klein halt eh besser durchkaufe äh äh fast fast ok so könnte es funktionieren so könnte es funktionieren diese physische Hitbox ist schon mal auch interessant erstmal hoch runter vorsichtig das Problem ja das Problem ist halt hier wirklich die exakte Höhe zu erwischen also hier verlegt die Federn wow wie viel von der von der Säge darf mich berühren WTF das war ja grad schon einiges ich weiß halt echt nicht wo die Hitbox anfängt na euijuiui das nützt mir nix ich komm da nicht ich muss ich muss so rum aber ich muss da möglichst schnell wieder runter es ist aber wenn ich den kleinen Sprung mache wenn ich den kleinen Sprung mache dann komm ich da ja auch nicht vernünftig durch Oh, das war, das war. Ich weiß nicht, wie ich da die Feder behalten kann. Okay. Oh Gott. So, ich kriege die da nicht durch, die Feder. Ich kriege die da nicht durch. Klein war das kein Problem, weil... Es ist halt... Du müsstest wirklich exakt... Du müsstest da wirklich exakt durchpassen. Das ist groß, echt unangenehm. Aber ich würde schon gerne... Oh Mann. ...die sich hier irgendwie behalten könnte. Oh, und dann nochmal rüber. Und dann nochmal rüber. Irgendwie so. Dann könnte ich zumindest bei der anderen Stelle eine Feder durchnehmen. Jetzt bin ich aber schon wieder... Aber das ist nie... Mist. Nee, ich habe schon keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Wahrscheinlich kann ich mit der Hitbox von der Schläge besser arbeiten. Wenn ich... Wenn ich wüsste, wie viel die mich wirklich oben verletzen kann. Vielleicht ist das sogar mehr. Vielleicht kann ich ein bisschen weiter runter, als ich denke. Ja. Ja. Ich kann ein ganzes Stück weiter runter. Mist. Aber ich kann ein ganzes Stück weiter runter. Wow. Also der Rand von der Säge ist noch weit... Bei weitem noch nicht... Also der obere Teil. Bei weitem noch nicht die... Die... Der richtige Punkt, an dem man getroffen wird. Das ist schon sick. So, wie mache ich das jetzt hier? So. So. Perfekt. Okay. Wann gehe ich rüber? Wenn der nach hinten geht und wenn der rüber geht. Das ist auch schon wieder so kritisch. Boah, ist das knapp. Oh Gott. Nein. Das war der Pixel zu viel. Oh. Boah, das sind richtig knappe Stellen. Da will ich doch eh nicht groß sein. Was will ich denn da groß hin? Oh, warte mal. Klappt das? Kann ich? Hä? Warum ist es jetzt länger geworden? Es ist egal, aber warum ist es jetzt länger geworden? Oh nein, ich bin weggeklettert. Wollte ich nicht. Aber ich will... Ach, doch, man kann hier fliegen in dem Level. So, jetzt müsste ich doch, wenn ich aus dem Griff rausgehe, immer noch fliegen. Perfekt. Ah, die Idee, die Idee könnte funktionieren. Die Idee könnte funktionieren. Nein, jetzt habe ich wieder wieder reingehangen. Ah, ich könnte kotzen. An alles darf ich mich da ranhängen, aber nicht mehr an dieses Seil. Dann machen wir es auf der Seite wieder. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Das könnte funktionieren. Mit ein bisschen mehr Geschick könnte ich da durchkommen. Ohne getroffen zu werden. Indem ich immer wieder fliege, könnte ich jeden Hit ausbalancieren praktisch. Ah, okay, das eher trifft mich das Blaue, als dass mich die Säge trifft. Ist halt auch wieder interessant. Oh, das war knapp. Aber egal, wir sind mal wieder durch. So. Ach, die Stelle ist so kritisch. Okay, aber wenn man rechtzeitig springt, ist das eigentlich ganz gut sogar. Runter und hoch. Okay. So. Jetzt hier einfach nicht zu weit rüber. Und dann los und hoch. Das ist das Level, oder was? Und ich muss groß sein. Ich muss... ...ne Feder mitnehmen. Ah, verstehe. Ich muss eine Feder mitnehmen. Okay, dann muss ich meinen Trick ausprobieren. Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich da durchkomme, hier. Nein! Wenn er sich da nicht festhalten würde noch. Aber das könnte funktionieren. Wie weit ich das dann durchziehen kann, ist eine andere Frage. Aber am Anfang funktioniert es schon mal. Okay. Hoch. So. Aber jetzt bin ich nicht mehr im Flugmodus, oder? Ja, nachdem ich einmal getroffen wurde, bin ich aus dem Flugmodus raus. Dann kann ich es leider nicht mehr durchziehen. Dann muss ich jetzt aber... Oh, Gott, 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 Gott. Ich mache schon mal den hier. Ich werde nämlich... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich darf nur jetzt noch nicht die Feder verlieren. Jetzt noch nicht. Okay. Falls ich jetzt hier die Feder verlieren sollte, ich muss weiter rüber. Scheiße. Wie hoch kann ich da? Trifft er mich hier? Bitte nicht. Okay. Wenn ich das jetzt ordentlich angehe, und selbst wenn ich jetzt getroffen werden sollte, landet die Feder auf der anderen Seite. Ja, shit. Aber... Somit kann ich die hier noch mitnehmen. Aber wie soll ich die denn jetzt hier noch behalten? Ich muss jetzt hier als Großer da durch. Ihr wollt mich doch komplett veralbern. Ja. Und da muss ich hier als Großer durch. Und da unten muss ich als Großer durch. Was? Ja, mein Problem. Ach du Scheiße. Kriege ich den Trick irgendwie durchgezogen? Aber nein, sobald ich einmal getroffen werde, ist es halt vorbei. Ah. Und im Normalfall, wenn man zum Beispiel den grünen Switch gar nicht auslöst, was man... Wir können natürlich mit Sprite Limitations versuchen zu arbeiten. Aber auch das haut nicht hin. Ich kriege die hier nicht. Die kommen ja immer zu zweit rein. Naja, das ist es. Die kommen leider... Die werden leider immer zu zweit geladen. Das haut nicht hin, was ich da vorhabe. Ja, und jetzt ist es schon vorbei. Jetzt brauche ich gar nicht weiterspielen. Ha! Dann können wir jetzt mal testen, wie weit ich runter kann. Wow. Okay, jetzt erst. Eigentlich tut mir nur die untere Hälfte weh. So, dieses ganze Stück hier oben, das da alles, das ist eigentlich gar nicht da. Uff. Ich frage mich, wie diese Anfangsstelle hier gedacht ist, wenn man nicht den grünen Schalter hat. Weil... So, der Trick funktioniert ja auch nur... Ja gut, der würde auch mit einer Feder funktionieren. Ja, okay. Aber ob der gedacht ist? Ich weiß es nicht. Das fände ich schon krass, wenn er das erwartet. Dass man den Glitch kennt. Aber gut. Vielleicht schon. So. Okay, hier sollte ich sicher sein, von der Höhe her. Das ist alles überhaupt kein Thema. Ah, das war wieder... So ist besser. Zu langsam. Zu langsam. Wenn ich hier die Feder noch hätte, die zweite, das wäre gut. Dafür muss ich durch den Kram durchkommen. So, aber jetzt hier haben wir gesehen, ich kann... Ja, ich kann möglichst spät hier rein. Aber eben, ich muss ja trotzdem... Ich muss ja trotzdem langsam runterklettern. Ich habe ja keine andere Möglichkeit, da runterzukommen. Oder passiert irgendwas, wenn ich gedreht jetzt da runter versuche irgendwie... Das geht auch nicht. Das haut mich hin. Wie komme ich hier vorbei? Die sind jetzt verschwunden. Die sind jetzt verschwunden, weil ich die da drüben reingeladen habe. Wenn ich also parallel... Kriege ich die da irgendwie raus? Ich kriege die nicht raus, ne? Ich kann höchstens die andere wahrscheinlich raus sehen. Dann kommt die zwei rein... Ah, dann sind sie da. Jetzt muss ich aber mal was probieren. Was ist, wenn ich von hier aus so einen Sprung darüber hätte? Wie soll das gehen? Ist es so knapp? Und es geht dann trotzdem? Oder was ist der Deal? Gibt es in dem Glitch vielleicht noch mehr, was ich nicht kenne? Der sagt eigentlich ja gar nicht, wie der Glitch funktioniert. Der geht davon aus, dass man es auf die Art und Weise rausfährt. Das ist auch interessant. Puh. So, wir probieren jetzt mal, wenn ich die alle noch drin habe hier, die ganzen Sprites da drüben, ich dann hier sägenlos werden kann. Weil gerade eben hat es ja auch funktioniert, dass die anderen verschwunden sind. Wie auch immer das gerade passiert ist. Ich krieg die nicht weg. Nee, schade. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich weiß nicht, wie ich das hier angehen soll, ohne die Feder zu verlieren. Ich muss weiter runter. Okay, also von der Seite reicht es schon mal nicht. Von der Seite funktioniert es schon mal nicht. Das kann man schon mal festhalten. So. Aber auch das ist... Ist das so knapp, dass es dann doch noch möglich ist? Wie weit kann ich da rüber? Ich kann bis so hin. Kann ich so hin? Ja, auch das geht noch. Holy shit. Alter. Selbst das war wieder zu viel. Wir testen das jetzt mal. Wir testen das jetzt mal mit Revines. Aber nur zum testen, wie gesagt. Das ist schon zu viel. Das ist auch... Also ich... Ich denke, das ist wirklich das Maximum. Jetzt muss ich einfach nur rechtzeitig los, wahrscheinlich. Nee, ist... Es reicht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Besser wäre es, wir würden es irgendwie schaffen, die Feder einfach nur in der Box hier ins Level reinzubringen. Aber ich glaube, das Level war... Hatte das Level so einen Dings? So einen... Ich kann Items eh nicht über die Oberwelt mitnehmen. Ich glaube, ja. Ja. Ja, aber im Ernst, wie soll ich da runterkommen? Ich habe keine Möglichkeit weiter. Der Tickler knallt mich einfach ab. Ja, guck mal. Sobald ich ein Stück weiter runtergehe, knallt der mich einfach schon ab. Oh mein Gott. Direkt am Rand. Noch weiter am Rand kann ich runter. Okay, wir gucken jetzt mal, wie es weitergehen würde. Hier kann ich dann stehen. Dann muss ich hier vorsichtig rüber. Ich muss gucken, dass ich nicht an die Dinger rankomme. Okay. Dann hier hoch. So, dann muss ich hier jetzt wieder möglichst schnell runterspringen. Das funktioniert noch. Und da unten, die trifft mich dann wieder. Äh, das wollte ich nicht. Boah. Boah, da muss ich auch wieder richtig schnell sein. Runter, 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 runter. Ah, okay. So ist besser, so ist besser. So, und jetzt habe ich hier ja nicht nur den Fuzzy, sondern das Problem, dass ich auch noch groß dadurch muss. Okay, aber das funktioniert. Das funktioniert. Und dann der letzte Sprung. Und dann wäre da noch der letzte Sprung. Okay. Also es wäre optimal, die eine Feder noch zu behalten, aber wir können theoretisch mit einer Feder durchkommen. Wir haben gerade alle einzelnen Stellen gesehen. Wir haben gerade alle einzelnen Stellen gesehen. Oh, Junge. Es ist schon, es ist schon wild. Es ist schon wild. So, erst mal, erst mal. Es ist mehrmals die Hitbox, die die, die die Lösung ist. Einmal bei den Sägen die Hitbox, dass ich wirklich relativ weit runter kann. Und Aber das Problem ist, ich muss hier riskieren. Ich muss hier riskieren. Es geht sonst nicht. Äh, und die andere Sache ist die, dass was wollte ich sagen? Die Hitbox von den Boxen. Weil ich dachte eigentlich, dass ich die seitlich da nicht berühren kann. Ich kann die da seitlich berühren. Und dann komme ich auch gerade rechtzeitig runter. Aber das ist enorm knapp. Scheiße. Schnell runter. Schnell hoch. Okay. Jetzt muss es halt sitzen. Das ist das Problem. Oder geht die vielleicht gar nicht so weit rüber, dass die mich da treffen kann? Ist die vielleicht, wenn die da, ne, die würde da treffen, ne? Die würde da safe treffen, wenn ich da in der, in der Seite wäre. Aber ich denke, ich bin jetzt zumindest so, dass ich links vorbei kann. Wir probieren so aus. Oh mein Gott. Jetzt einfach rüber. Und hier bin ich safe. Und jetzt vorsichtig hoch. Das ist ja das kritische gewesen. Okay, 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 okay. So weit, so gut. So, hier komme ich hoch. In die Lücke komme ich rein. So. Oh, jetzt noch eine Feder da oben drin. Das wäre Luxus. Nein, nein, nein. Und dann hängt es sich nochmal daran. Ach, Mist, ey. Kletter doch nicht hoch, sondern spring hoch, du Pfläu. Gott, ist das böse. Oh, jetzt ist das böse. Oh, jetzt ist das böse. Das Spiel wird wirklich mit jedem Level krasser. Ich glaube, wir werden bald Safe-Sales brauchen. Also, wir haben ja gerade schon einen genutzt, also, ja. Okay, so kann ich jetzt vielleicht trotzdem hier drüben runterkommen. Weil das ist, hier drüben muss ich runterklettern, damit ich den nie erwischen kann. Und dann könnte ich hier, dann wäre ich da eine Zeit lang sicher. War ich jetzt in dem Fall leider wieder nicht, aber wäre ich in dem Fall. Könnte ich zumindest sein. So. Vorsichtig runter. Bin ich jetzt zeitlich safe oder noch nicht? Ich muss es ausprobieren. Ja, scheiße. Ach, das ist so zum Kotzen. Oh, man weiß es halt nicht. Oh, es ist mir echt zu glücklich. Es ist mir echt zu glücklich. Das hat doch nichts mehr mit Skill zu tun. Das hat doch mit Skill nichts zu tun, ob ich Glück habe und genau den Pixel erwische, den ich noch runterklettern kann oder nicht. Oh. 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 Ich muss erst mal die Dings da drüben positionieren. So. Oh. Oh, ich bin übrigens blöd. Ich kann das ganz anders machen. Ja, jetzt ist... Naja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das hier mache. Ich muss da gar nicht zwischendurch... Ich muss nur runterklettern. Das müsste funktionieren. hoi, 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 hoi. Was ein Level. Geht. Ach. Was ist das? Dann warte ich hier? Ah, und dann kommt der von oben aber schneller runter, als ich will. Da trifft mich das Ding auch noch. Okay, ich nutze wieder Safestates. Hab's ja verstanden, das Spiel möchte nicht mehr. Dann kann ich es auch nicht. Natürlich komme ich fast runter mit Safestates, ist klar. Ist klar. So, weil das hier ist, das hier ist halt echt, das ist mit die dümmste Stelle des Levels. So, wenn die nicht wäre, könnte man, glaube ich, alles andere akzeptieren, aber das ist dumm. Du musst so viel Glück haben, da richtig zu sitzen. Ich kehre, glaube ich, noch ein Pixel rüber sogar. Und jetzt komme ich nämlich... Seht ihr, das, das meine ich. Das ist so dämlich. Das ist jetzt der letzte Safestate. Alles andere mache ich wieder richtig. Aber das ist... Das ist doch komplett dumm. Das ist doch komplett blöd. Also ganz im Ernst. Aber wäre ich übrigens geduckt hier herangesprungen, wäre das angenehm... Okay, 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 okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, okay. Aber... Ab den Stellen... Alles andere ist wieder schön spielbar. Aber dieser Quatsch hier in der Mitte... Dieser Quatsch hier in der Mitte ist so... Jetzt bin ich wieder nicht geduckt ran. Aber das könnte... Also wenn man geduckt ran springt, wäre es angenehmer. Glaube ich. Weiß ich nicht. Kriege ich das hin? Müsste gehen, oder? Ich kann ja hier zwischendurch landen. Na so nicht. Na so auch nicht. Nicht weiterlaufen. Und dann? Ach, sobald ich nach unten drückgekletterte, auch schon wieder. Dann kann ich nicht geduckt. Oder? Ne, das haut nicht hin. Na egal. Dann halt nicht geduckt. Jetzt würde ich den Sprung hier halt vereinfachen ein bisschen. Wow, das... War sogar ganz gut. Ich kann da komplett runterschweben. Das macht die Stelle schon mal viel einfacher. Aber diese... Das ist immer... Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Safesit jetzt verstehen könnt. Den in der Eishöhle kann ich verstehen, wenn ihr ihn nicht nachvollziehen könnt. Der ist wirklich... Den muss man nicht machen. Ja? Ich bin auch nach wie vor bereit, das Eishöhlen-Level ohne Safesit zu spielen. Das Level hier bin ich mittlerweile jetzt nicht mehr bereit ohne Safesit. Ich habe keine Lust hier immer wieder mich hinzusetzen und zu raten, wie viel Pixel darf ich noch nach links? Dass mich die Box nicht mehr erwischt. Das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd. Also den Safesit ziehe ich auch nicht zurück. So im Sinne von, dass ich das Level hier nochmal ohne Safesit spiele. Ne. Das... Ne. Ne. Alles andere hier mache ich bis zum Ziel jetzt ohne Safesit. Gar keine Frage. Aber das ist machbar. Das ist machbar, sehe ich komplett ein. Aber diese Stelle da, ne. Die sehe ich nicht ein. So und jetzt haben wir es. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Wenn nicht, dann... I'm sorry. Dann ist es so. Dann nehme ich Sinn. Boah. Wir gucken mal noch langsam ins nächste Level rein und dann machen wir einen Cliffhanger. Cape Crusader. Das klingt nach einem Federlevel. Oh mein Gott. Die will ich dann vermutlich behalten, ja. Wobei ich eigentlich nur eine bekomme. Das heißt, theoretisch kann ich eine verlieren. Gedacht ist, dass man mit einer hier durchgeht, wahrscheinlich. Ja, cool. Da ist sie schon weg. Man sollte, wenn man da geduckt drin ist, auch nicht mehr hochgehen. Das wäre ganz gut. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Aber die kommt von selbst. Okay, das funktioniert. Wie komme ich da am belötsten drüber? Vielleicht so... Ey, ich wollte mich eigentlich geduckt. Ich wollte eigentlich geduckt springen. Das hat leider nicht funktioniert. Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ach so. Ach Gott, was? Da muss ich mit der Feder durchschweben. Okay. Okay. Da muss ich mit der Feder durchschweben. Anders geht das gar nicht. So, ich wollte hier geduckt drüber. Wieso? Hä? Ich kann mich doch ducken. Manchmal fragt man sich... Wow. Ich will nur da oben rein, erst mal. Oh! Mann. Ja, danke. Also, das funktioniert. Ich kann schon mal hier die Feder behalten. Jetzt muss ich... Ich muss da oben direkt durchschlittern, sonst ist es... Ah, ist das so blöd. Ich schlitze da oben einfach direkt durch. Ich wollte ja nochmal Anlauf nehmen, aber... Nee. Muss nicht. Das passt schon so. Gut. Das funktioniert schon. Also einfach direkt durchschlittern. Ja, okay, das funktioniert auch. Gut. Vorsichtig. Vorsichtig da hoch. Zum Glück ist es nicht rutschig. Und jetzt muss ich aber sowieso geduckt da durch. Aber mit ein bisschen Anlauf. So ungefähr. Und dann... Hier landen. Ja, jetzt hätte ich halt eigentlich die Feder noch, ne? haben müssen. Haben müssen, vermutlich. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. Ach, Mist. als gar nicht wofür dann hier der pilz das was das da soll dann ist mir eine das jetzt geht das trotzdem ja das ist okay also ich kann mich entweder nein ja wobei so könnte ich die sogar behalten problemloser lol das war nicht so gut was noch so kommt der tod Okay. Nein! Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt ist alles weg. Das ist auch schon wieder so knapp. Jetzt wird alles so Präzisionskram. Was ist passiert? Als ich den Heck das letzte Mal aufgenommen habe, war er noch schöner. Mann! Das wollte ich nicht. Ich wollte den anderen auslösen. Dann nehme ich halt die Feder. Ich schau mal hier oben. So. Ich habe es gesehen. Ich habe ein Save-Set gesehen. Ich werde mich noch entscheiden, ob ich den einsetze oder nicht. Theoretisch kann der erst auch erstmal weg. Einfach nur. Und wir gehen über... Den da hoch! Ich setze ihn ein. Ich möchte vorankommen, Leute. Es tut mir leid. Ja, das war, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Aber jetzt können wir trotzdem gucken, was kommt. Ah, das war irgendwie super dumm jetzt, was ich getan habe. Oh. Ah, da muss man trotzdem... Man muss weiterhin fliegen können. Also das ist auf jeden Fall... Ich muss die Feder mindestens einmal behalten. Aber die Stelle geht jetzt mittlerweile. Die ist gar nicht so krass Präzisionskram. Ja, da habe ich mich nur angestellt. Sehe es ja ein. Okay, wir können die Feder behalten. Das ist schon mal gut. Was kommt hier? Dummheit kommt hier. Okay. Nein! Wie schaffe ich es da, beide Feder noch durchzuziehen? Also nicht. Aber wie gesagt, die Stelle geht da tatsächlich. Da habe ich mich nur angestellt. Wenn man nämlich... Das ist gar nicht so Präzisionskram. Ich bin jetzt schon wieder zuvor eingenommen. Merkt das schon. So, mach du dich mal weg, bevor du mir hier noch Probleme bereitest. Aber wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Da komme ich doch niemals vernünftig hoch, ohne eine Feder zu verlieren. Ich habe es geschafft und dann bin ich einfach mal in die Mancha gerannt. Na klar. Na klar. Nee, jetzt ist die Feder weg. Schisch. Oh, ich... Ich darf da nicht... Mist. Oh, das ist alles so fies. Das ist alles so fies. Nein, jetzt bin ich schon wieder da rein. Aber jetzt warte ich hier, dass ich die Feder bekomme. Oh, wait. Oh, wait. Ich bekomme die noch. Ich bekomme die so nicht mal. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nein, aber jetzt bekomme ich die Feder wieder. Gut. Gut, wir sind schon mal wieder hier. Und wir kommen einen Schritt weiter. Das ist auch schon mal was. Und da brauchen wir noch nicht die Feder. Das geht alles noch ohne. Wird zwar kritisch, aber es geht noch ohne. Was ist da drüben? Ich würde... Ja, okay, da brauchen wir die Feder wieder wahrscheinlich. Ja, da brauchen wir es. Ich weiß gar nicht, wie ich... Hä? Wie soll ich da drüben weiter? Wir brauchen da safe die Feder. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da weiterkomme. Lol. Okay, ich setze einen neuen State. Ich möchte beide Fehler hier behalten. Das wäre ganz cool. Ich habe es vorhin geschafft, da hochzukommen, ohne Schaden zu nehmen. Ah, schade. Äh, jetzt ist alles wieder weg. Wie habe ich das gemacht vorhin? Ah, es ist... Das war wieder so ein Glücksgriff, der kommt einmal und nie wieder. Ja. Vielleicht will ich lieber... Ich habe die irgendwie... Ich bin irgendwie an ihr vorbei und habe sie kaputt gedreht dabei. Ja, so nicht. Ah, dann verpasse ich den jedes Mal. Ja, so in etwa. Nur, dass ich dann noch getroffen wurde. Äh, eben nicht. Okay, 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 okay. Es tut mir leid, Leute. Ich bin jetzt am safe-staten hier. Es ist... Es ist jetzt... Jetzt ist es wieder... Jetzt ist es wieder passiert. Jetzt ist es wieder passiert. Aber ich... So. Okay, hier interessiert er mich nicht. Hier kann ich ihn kaputt drehen. So. Ich bin... Ich setze weiter. Es ist jetzt. Es ist mir wurscht. Jetzt habe ich wieder meine... Meine... Jetzt ist meine Hemmschwelle wieder gesunken. Auch wenn es blöd ist. Hä? Kommt man da einfach rüber? Ja. Krass. Ist okay. Wir haben noch eine Feder. Es ist halt... Das Problem ist halt, mit Safe-Stats ist es jetzt wieder zu einfach, weil sie mal am Ziel. Gehe ich mal davon... Aus! Nein, ich muss fliegen jetzt, oder wie? Das ist auf jeden Fall die Stelle, die mir sagt, ich muss die Feder noch haben. Oh, es ist doch nicht vorbei. Es ist vorbei. Warum kriege ich es nochmal einen Block am Ende? Ach, Leute. Aber jetzt der Schluss hat sich wieder zu leicht angefühlt mit Safe-States. Jetzt. Mist. Mist, Mist, Mist. Also die Mitte ist wieder... Ach, diese Mitte mit der Mitte der Disco-Shell, das ist wieder so die Problemstelle. Mit zwei Fehlern kommt man aber theoretisch hin. Man könnte also eine behalten. Und danach ging es eigentlich, ne? Der Rest ging. Es war wieder nur... Es ist immer nur eine Stelle. Naja. Ich hoffe, die, die das Projekt sehen wollen, sind jetzt mir nicht böse, weil ich Safe-States genutzt habe. Ich habe versucht, das mal einen etwas längeren Part zu machen, dafür, dass halt ganz lange kein Compact World mehr kam. Schauen wir mal, wie wir das hier noch weiter machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.